Hallo, ich heiße Aideen Nocien, wieder in der U13-SGZ-Völkens als Stürmerin. Wir arbeiten über eine Online-Plattform aus Moodle und müssen bis zu einem bestimmten Datum die Hausungen abgeben. Riecht gut, ich plane mir die Zeit auch immer ein, den Sportunterricht und meine Freunde. Ich absolviere das Online-Training mit meiner Mannschaft, auch dem Trainerteam, kriege ein Sportprogramm auch von der Schule und in meinen Freitag gehe ich laufen, fahren, fahren oder machen Workouts. Riecht gut, wir schreiben meistens über Instagram oder auch WhatsApp. Nach Wien fahren an die Zeitgenossen. Sturm, Christoph Messer, heimgemachte Pizza, Harry Popper, Stranger Things, The Reign und Haus ist Geldig. Nein. Aideen Jika, Kampfgeld, ist ausbestimmend bei mir aus. Wo gibt's Bayern? Ein Matchspiel. Bleibt zu Hause und es date jetzt. Wir sehen uns.